Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem neuen Action-Hall. Der Lennox hat mich heute begleitet. Wir fahren zum Action bzw. wir sind schon beim Action. Wir brauchen so ein paar Sachen und ich zeige euch, was es aktuell dort gibt. Ganz viel Spaß beim Video. Gehen wir mal in den Action gucken, was es so Neues gibt, Roxy, oder? Ja. Gucken wir mal, was hier so ein Angebot ist. Die Seitenblase. Seine ist doch kaputt, ne? Ich will schon. 1,99 Euro. Ich glaube, wir nehmen die ja immer mit. Ja. Die nehmen wir mal mit. Weißt du, was Marlon für ein Handy hat, wegen der Heli? Ich glaube, das finden wir gleich. Das müssen wir online gucken. Ich weiß, ob man nicht die Bezeichnung nennt. Samsung oder Samsung. Ne, der hat kein Samsung. Der hat doch einen. Ach so, Google Pixel 6a. Ach, das gucke ich lieber im Internet. Nicht, dass das nachher falsch ist. So. Guck mal, die Geburtstagskarte hier. Die ist mal groß, oder? Ja. Oh mein Gott. Ich wollte hier eigentlich auch mal gucken, nach so einer kleinen Aufbauung für das Badezimmer. Ich glaube, da sind die. Die sind ein bisschen schmal. Hm. Hm. Was ist das hier oben? Die sind nicht so schön eigentlich, ne? Ich glaube, ich nehme die hier mal mit. Nehmen wir die mit. Zweimal mit. Du kannst, wenn du möchtest, auch schon da hinten bei Spielsachen oder so gucken gehen. Nein. Nein, noch nicht. Noch nicht? Ist das ein Becher? So. Müllbeutel haben wir noch. Boah. Ich nehme aber mal, äh, hier, die hier wieder mit. Die war nämlich richtig schön. Und die Muffinförmchen zum Backen, weißt du? Ja. Die sind ja auch schön hier. Schöne Tassen. Ist auf diesen Tassen was drauf? Nein, da nicht. Aber die sind auch schön. Hier ist von Garten. Ein paar Licht. Ein bisschen Widerland an. Die hatten wir Laura und Timo geschenkt, so kleine Solarlichter, die sind schon niedlich. Wie macht man das denn an? Das leuchtet mit Sonnenlicht, wie bei uns im Flur. Ich wollte hinten noch mal gucken. Hier hatte ich auch für dich diese Bandagen gekauft damals für den Fuß. Ich überlege, ob ich mal Papa mitnehme. Was kosten die? 2,95 Euro. Ja, jetzt bringen wir die Papa mal mit. So, was gibt es hier? Irgendwie ganz schön vollgeballert hier. Die sind ja süß. Die Säcker hier. So ist eine Deelampe. Das sind so kleine. Das kann ich abmachen, mache ich aber jetzt nicht. Das ist bestimmt keine Batterie. So, hier ist das Paradies von den Kiris. Kannst ja mal gucken, was es hier so gibt. Gut, ich gehe hier nochmal kurz rein. Was geht es hier? So, jetzt haben wir auch zu Hause. Jetzt haben wir noch Socken. Schneekersocken. Ich suche eigentlich so lange Socken. Da, Kellersocken. Aber größer. Das sind so lange Socken. Gibt es gar nicht. Alle da hinten? Ne. Nur kleine. Schwarze Socken wären nämlich nicht schlecht. Obwohl, ich kann eigentlich ja hier den Großen schon gucken. Ladies Socken ist ja egal. 35, 38. Ja, schwarze Socken brauchen die Jungs. 3,99. Die nehme ich mal mit. Was ist das? 35 bis 38. Neh, nehme ich auch mal mit. So. 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 Ich glaube, ich probiere mal diese Hatschis. Teuchtliche. Also habe ich ja nur für Gesicht und Hände immer dabei. 95 Cent. Ich glaube, die nehme ich auch nur mit. Teste die. Es ist unglaublich voll hier, Leute. Oh mein Gott. Das sind Ferien. Das merkt man hier bei uns. Ja. So. Dann brauche ich noch einmal Shampoo. Was ist das? Passion Fruit. Das sieht doch gut aus. Das teste ich auch mal. Okay. So. Passend dazu die Haarmaske. Neh, nehme ich auch mit. Was ist das? Das ist eine Silberschalko. Das brauche ich nicht. So. Kommen wir mal. Wo der Lille Noxy ist. Da ist Noxy. Oh, fast nur da. Oh, Schlange. Das mache ich ja gar nicht. Gibt es sonst was Neues hier? Ja. Richtig. Gummi. Richtig Gummi. Guck mal, zieht ihn ja auch so. Wie so Puppet, ne? Ja. 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 Und dann schickt er die seinen Ei her. Diesen Dinosaurier da. Ja. 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 Ja... Das haben wir auch zu Hause, das ist dieser Arztkotter hier, Zahnarzt, der da. Die hatte ich auch schon mal, die waren auch richtig lecker. Das hatte ich vorhin auch schon in der Hand. Das ist auch cool, ne? Ja. Da gibt es verschiedene Schwerter, aber zwei, dann seht ihr, ob das so bringt. Da gibt es, guck, hier ist so ein silbernes. Da gibt es verschiedene. Aber die brechen bestimmt schnell ab, ne? Die kommt auch wieder mit. Das ist so süß, guck mal. Nippig aus, ne? Das ist, ähm, Duschke. Das ist eine Maske, sieht auch gut aus. Oh, hier gibt es auch das Duschgel. Der hat nur alle drei in Kombination. Naja, nehmen wir auch mit. Was ist das? Badesalz. Hier gibt es ja alles jetzt davon, was ist das? Das ist Body Butter. Das ist zum Essen? Nee, für den Körper. Also kräg, ne? Mhm. Body Lotion. Body Lotion. Ja. Das sieht doch schon cool aus hier alles. Hier für den Urlaub ist da alles dabei. Guck mal, das sieht ja auch süß aus. Hier kann man selber anpflanzen. Rote Paprika, Gurke und Blumenkohl. Wie viele müssen wir? Wie viele müssen wir? Wie viele müssen wir? Hier drunter seid ihr hier. Könnte man hier vorne nach dem Ball gucken. Hier war auch einer. Und dann noch Basketbälle. Und Fußbälle. Ja, aber der ist doch hier eigentlich vergaten. Gar nicht so schlecht, oder? Oder wir können ja trotzdem nochmal nach hinten gucken. Aber ich weiß nicht mehr ganz genau. Ja. Ich guck mal. Mhm. Was hast du hier gesagt? Ja, das ist es jetzt. Ja. 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 sind auch so kleine bälle ich weiß nicht welche ihr für den garten besser findet ich glaube den großen dahinten diesen bunten war besser oder da muss man auch wieder rein nehmen weil draußen im sommer kann man es ja immer wieder rein machen oder im flur so ein klein ich weiß es nicht man kann ja diesen bunten draußen im sommer benutzen oder im winter und drinnen benutzen eigentlich ne eigentlich schon na gut dann werden wir jetzt mal zur kasse gehen müssen wir noch mal gucken ich weiß es gar nicht mehr gehen mal gucken weißt du noch wo das ist kannst du mal gucken gehen ja ich bin hier ich würde gerade ob ich hier so ein paar flummis noch für mir die mitnehmen weil er liebt ja flummis aber auf der anderen seite fliegen sie dann überall bei uns rum fluster brauche ich noch die hätte ich fast vergessen ich glaube ich nehme die immer mit ich hoffe die kleben gut wir probieren es mal ganz viel seitenblasen und kreide noch sie sucht sich ein ball noch aus und dann gehen wir zur kasse hatten wir eigentlich noch kreide genug so ihr lieben es war unglaublich voll der ganze parkplatz ist hier so voll ich konnte da kaum filmen ich habe so gut es geht für euch gefilmt ja wir haben alles gefunden was wir gesucht haben und einen neuen ball für die jungs genau damit geht jetzt gleich raus den garten ja ich hoffe das video hat euch gefallen ja ihr lieben ich würde mich freuen wenn ihr mittwoch wieder einschaltet bis dahin